Heute beim Elektrischen Reporter, Scheidung, ein Schrei nach Liebe und Filterblasen. Elektrische Reporter Ich habe sie erwartet. Kennenlern-Plattformen, Flirt-Communities und Apps zur Verabredung für den schnellen Sex. Das Netz steckt voller Angebote, die das Kennenlernen zweier Menschen zum Ziel haben. Relativ neu sind hingegen Dienstleistungen für Menschen, die nicht mehr miteinander leben wollen. Umscheidungen über das Netz, darum geht es in unserem ersten Beitrag. Der Gerichtssaal der Zukunft steht die meiste Zeit leer. Denn Kläger und Beklagte müssen sich dann nicht mehr vor dem Kadi einfinden, sondern erledigen ihren Rechtsstreit von zu Hause. Online. An dieser Vision arbeitet jedenfalls Jin-Ho Vedonskoot aus dem niederländischen Den Haag. Und die erste Hürde auf dem Weg in diese Zukunft hat er bereits genommen. Mit Rechtweiser. Einem von ihm mitentwickeltem Software-Tool, mit dem Menschen in den Niederlanden sich scheiden lassen können. Über das Internet und voll rechtskräftig. Die Idee zu Rechtweiser kommt Vedonskoot bei seiner eigenen Trennung, die seine Ex-Frau und er möglichst unkompliziert hinter sich bringen wollen. Wir haben festgestellt, dass es für Menschen in unserer Situation keine passende Unterstützung gab. Wir wären sehr wohl in der Lage gewesen, diese Sache selbstständig zu erledigen. Aber es gab keine Abläufe oder Hilfestellungen, die uns bei unserer Trennung hätten helfen können. Mit Rechtweiser gibt es jetzt einen solchen Ablauf. Wie in einem Online-Chat schreiben die Noch-Ehe-Partner dort gemeinsam an ihrer Trennungsvereinbarung. Rechtweiser skizziert Modelllösungen und überträgt die Vereinbarungen in einen juristisch wasserdichten Trennungsplan. Sollte es auf dem Weg zu diesem Trennungsplan Streit geben, können beide Seiten jederzeit einen Mediator hinzuziehen. Der Richter muss diesen Trennungsplan nur noch absegnen. Eine Vorgehensweise, die viel Geld spart. Wenn man eine solche Technologie anbietet, dann stellt man den Eheleuten auch eine zusätzliche neutrale Instanz zur Verfügung. Und das ist wirklich hilfreich. Es macht die Interaktion zwischen den Parteien leichter. Denn wenn beide Seiten objektive Kriterien zur Verfügung gestellt bekommen, dann erleichtert das natürlich, ein faires Ergebnis zu erzielen. Sandra Nüppels ist eine der ersten, die sich tatsächlich über Rechtweiser hat scheiden lassen. Gemeinsam mit ihrem damaligen Mann geht sie alle Punkte ihrer Trennungsvereinbarung durch. Haus, Sorgerecht und finanzielle Fragen. Zusammen am Computer im damaligen noch gemeinsamen Haus. Eine leicht bizarre Situation, erinnert sie sich heute. Wir saßen hier im Wohnzimmer, jeder hatte seinen eigenen Laptop auf dem Schoß und zur gleichen Zeit sind wir dann das Programm durchgegangen. Das war manchmal etwas seltsam. Zum Beispiel, wenn wir gemerkt haben, dass wir genau im selben Moment etwas eingetippt oder korrigiert haben. Das war eigentlich sogar komisch. Über das Netz hat sich Nüppels den Gerichtssaal in ihr Wohnzimmer geholt. Und so eine Scheidung erreicht, mit der sowohl sie als auch ihr Mann gut leben kann. Auch die meisten anderen User sind zufrieden, berichten die Macher von Rechtweiser. Weitere Länder arbeiten bereits an der Einführung des niederländischen Scheidungstools. Zum Beispiel Großbritannien. Denn Digitalisierung ist ein Megatrend in Rechtssystemen auf aller Welt. Deutschland gehört hier zwar nicht gerade zu den Pionieren, berichtet der Rechtswissenschaftler Matthias Weller aus Wiesbaden. Aber auch der Experte für elektronischen Rechtsverkehr ist überzeugt. Die Digitalisierung des Justizwesens bietet auch hierzulande enorme Chancen. Zum Beispiel hinsichtlich der Geschwindigkeit von Verfahren. Denn, wenn sie dann erstmal Akten von A nach B physisch transportieren müssen, dann irgendwann wieder zurück transportieren müssen, sie müssen physisch Akteneinsicht gewähren, der einen Partei, der anderen Partei, dann kann das sehr lange dauern. Und wenn diese Prozesse verkürzt werden, dann finden die Rechtssuchenden schneller, als es ohne Digitalisierung der Fall wäre, ihr Recht. Und das ist ein Gerechtigkeitsvorteil. Aber auch wenn Weller der Digitalisierung prinzipiell positiv gesonnen ist, sieht er das Rechtweiser-Tool aus den Niederlanden durchaus kritisch. Denn Mitinitiator von Rechtweiser ist die niederländische Prozesskostenhilfe. Deren Ziel ist es natürlich, Kosten zu sparen. Und Prozesskostenhilfe brauchen in erster Linie ärmere Menschen. Ich glaube, wir müssen schon aufpassen vor, um es mal überspitzt auszudrücken, einer Zweiklassenjustiz, nämlich einer, die das volle Programm liefert für Leute, die es bezahlen können, und anderen, die auf, naja, eben online gestützte Substitute verwiesen werden. Richtig ist, nur solange Menschen selbst entscheiden können, ob sie lieber online ihre Rechtsstreitigkeiten beilegen wollen, bedeuten Programme wie Rechtweiser einen Fortschritt. Denn Gerechtigkeit bedeutet auch im Zeitalter der Digitalisierung, dass jeder Bürger ein Recht auf ein faires Verfahren hat und vor einen Richter aus Fleisch und Blut treten kann. Oder muss. Vor rund 20 Jahren war der Song Schrei nach Liebe ein Statement gegen Neonazis und Fremdenfeindlichkeit. Um Menschen, die diesen alten Song wieder in die Charts heben wollen, darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ich bin Gerhard Torwes, ich bin Musikschullehrer hier in Osnabrück und ich habe mit zwei Freunden zusammen die Aktion Arschloch ins Leben gerufen. Die Aktion Arschloch ist eine Reaktion auf rechte Gewalt und hat zum Ziel, den Song Schrei nach Liebe wieder in die Charts zu bringen. Der Hintergrund war einfach, dass wir uns schon geärgert haben, wie über den Sommer so viel an Gewalttaten gegen Flüchtlingsheime, gegen Helfer auch und Brandstiftungen und was nicht alles und großen ausländerfeindlichen Demos in den Nachrichten waren. Und wir fühlten uns dann schon tatsächlich auch an 93, 92 erinnert, wo es schon mal so eine Zeit gab hier in Deutschland und wo dann ja auch letztendlich der Song Schrei nach Liebe dann als Antwort darauf entstanden ist. Der Tweet entstand am Sonntag, 30. oder 31. August, als Startpunkt auf Twitter für die Aktion. Ich habe eine Mail an die Band geschickt, an die Ärzte und dann kam so indirekt später, nach ein paar Tagen, die Meldung auf der Homepage, dass sie es begrüßen. Ohne soziale Medien hätte das Ganze in der Form nicht funktioniert, zumindest nicht so schnell. Das Ganze war komplett spontan und ungeplant und alles, was uns eingefallen ist dann, zum Beispiel eben auch über Radiosender zu gehen, die Leute aufzufordern, dass die ihrerseits eben sich das Lied wünschen im Radio, das kam alles nach und nach. Der direkte Einstieg auf Platz 12 war schon ein Achtungserfolg und dass wir dann tatsächlich die Woche drauf Platz 1 erreicht haben, war schon bombig. Also Musik geht bei vielen Leuten über den Verstand weg, einfach ins Herz rein, was die Zukunft bringt. Wir haben Anfragen von Hilfsorganisationen, von Asylorganisationen, ob wir auf irgendeine Art zusammenarbeiten können und da überlegen wir, ob wir uns da irgendwie einbringen können. Natürlich kann man jetzt direkt mit so einer Aktion natürlich keinem Flüchtling helfen oder kein Asylbewerberheim wieder aufbauen oder schützen, aber ich glaube, wir haben viele Leute ermutigt, sich einzubringen. Es sind in der Hauptsache die alten Medien, die den neuen Medien vorwerfen, sogenannte Filterbubbles zu entwickeln. Also Informationsräume, in denen man nur einseitig informiert wird, in denen man nur erfährt, was einem gefällt. Was dran ist an dieser Blasentheorie, das fragen wir in unserem nächsten Beitrag. Wer wissen will, was in der Welt geschieht, verlässt sich immer öfter auf das Internet. Facebook, Google und YouTube ersetzen für viele Menschen schon längst TV-Nachrichten und Tageszeitungen. Doch nur wenige ahnen, welche Nachrichten ich dort finde, das bestimme ich nicht selbst, sondern die Betreiber der sozialen Netzwerke und Suchmaschinen. Denn deren Seiten sind so programmiert, dass vor allem solche Nachrichten angezeigt werden, die zu den eigenen Vorlieben passen. Die Informationen werden gefiltert. Die Podcasterin Nele Heise erforscht, wie diese Filter funktionieren und so unsere Sicht auf die Welt beeinflussen. Ihr Ziel? Wir müssen mehr über die Abläufe wissen, über die Prozesse allgemeiner, nicht so im technischen Detail. Und natürlich auch über die Akteure, die da involviert sind. Denn diese Filterprozesse sind problematisch. Sie sorgen dafür, dass alle nur einen Ausschnitt des Internets sehen. Inhalte, die die User oder ihre Freunde gut finden. Damit sich alle in ihrer individuellen Filterblase auch wohlfühlen. Eben wie unter guten Freunden, wo alle dieselbe Meinung haben. Die Gefahr? Ohne unpassende, konträre Meinungen keine Debatte. Und kein Dazulernen. Filterblasen führen vielleicht dazu, dass wir alle nur noch in kleinen, isolierten Öffentlichkeiten uns befinden. Uns ist wenig gemeinsame Grundlage für öffentlichen Diskurs beispielsweise gibt. Und wenn ich nur noch auf bestimmten Plattformen mich informiere, habe ich möglicherweise eben eine verzerrte Vorstellung davon, was in der Welt vor sich geht. So berechtigt solche Warnungen vor den digitalen Scheuklappen auch sein mögen. Für den Internetunternehmer Christoph Kappes zielt die Kritik an den Filterblasen in eine falsche Richtung. Er verteidigt die Bedeutung und den Nutzen von Filterprozessen in den Medien. Er sieht in der Debatte um die Filterblasen-Theorie ein grundsätzliches Problem ausgeblendet. Dass wir unmöglich das komplette Netz lesen können. Die Informationsmengen verdoppeln sich ständig. Dadurch gibt es eine Notwendigkeit, dass man eben eine Informationsselektion macht. Ich glaube auch, dass das im Verhältnis zu klassischen Medien eigentlich ein normaler Vorgang ist, weil klassische Medien an vielen Stellen Selektionsvorgänge machen, die sie nicht transparent machen. Und richtig, auch Offline-Medien arbeiten mit Filtern. Zeitungen und Verlage bestimmen, was wir lesen, Plattenfirmen, was wir hören. Neu ist, Facebook und Co. sind die Gatekeeper der digitalen Ära. Und vielleicht viel mächtiger, als es Verlage je waren. Und sie sind schwerer zu durchschauen, zu kontrollieren oder wenigstens zu verstehen, als die Bild-Zeitung. Die gute Nachricht, die Interessen der Menschen sind heute vielfältiger als je zuvor. Genau wie das Angebot an Informationen im Netz, weiß die Kommunikationswissenschaftlerin Saskia Sell. Und durch das Internet hat man eben die Möglichkeit, sehr schnell, sehr einfach und auch sehr günstig noch an eine Vielzahl von Informationen zu kommen. Es ist eben, man muss es wollen. Ich glaube, das ist relativ wichtig. Die eigene Filterblase zu sprengen oder zumindest anzupiksen, die eigene Sicht auf die Welt möglichst offen zu halten, diese Verantwortung trägt also jeder selbst. Im Internet findet man alle Informationen, wenn man danach sucht. Man kann die Suchmaschine wechseln oder die Facebook-Seiten von Menschen besuchen, deren Meinung man nicht teilt. Und so offen bleiben für Neues. So wie auch Nele Heise. Sie pickt sich aus unterschiedlichsten Quellen einzelne Inhalte heraus und erstellt daraus ihr eigenes Programm. Sie weiß, für eine fundierte Meinung braucht man möglichst viele Informationen. Und manchmal sind es gerade die Argumente der Gegenseite, die die eigenen Ideen erst ins Rollen bringen. Viele Leute haben, glaube ich, diese Haltung, ich kann mir selber mein Programm zusammenstellen, noch gar nicht so verinnerlicht. Podcasts, da ist das ja ganz klar der Fall. Also da werden häufig Nischeninteressen bedient und da baut man sich seine Hörerschaften auf. Filterprozesse gibt es überall, offline wie online. Wer ausschließlich Facebook oder Google News nutzt, erhält auf sein Profil zugeschnittene Informationen. Das sollte jeder Internet-User wissen. Aber das Internet ist kein eingezäunter Raum. Nie gab es mehr Nischenangebote als heute. Und vor allem besteht das Internet nicht nur aus Filterblasen. Es liefert die passenden Werkzeuge, um diese Filterblase zum Platzen zu bringen, gleich mit. Benutzen muss diese aber jeder User selbst. Wir sind heute zu sehr über alles informiert, um daraus noch klug werden zu können. Gerhard Uhlenbruck. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Vektorischer Reporter Vektorischer Reporter Vektorischer Titel Vektorischer